Hallo zusammen! Ja, wie man sieht, ich habe meine Fan-Utensilien, sprich Trikot und Schal wieder ausgepackt. Die waren ja doch jetzt ein paar Wochen eingemottet. Ich trage das immer nur, wenn ich entweder in den Stadion gehe oder vorm Fernseher, so dass ich Trikot trage. So habe ich zum Beispiel auch mal Bayern-Jogginganzug oder irgendwas an, aber Trikot und so war eben eingemottet. Ja, die einen sagen, yeah, endlich geht es am Wochenende wieder los, wenn auch nur mit Geister spielen und die anderen sagen, was ein Unsinn, lasst das. Fußball ohne Fans im Stadion geht gar nicht, brecht endlich die Saison ab. Ja, und ich bin so irgendwie so ein Zwischending. Ich sage es ganz offen und ehrlich, ich freue mich mega, dass ich jetzt am Wochenende dann mein Team wieder spielen sehen kann, dass es wieder um Punkte geht, dass man dann irgendwie auch mal wieder bei Facebook mit den Leuten über andere Sachen als über Corona-Maßnahmen, Infektionszahlen, irgendwelche Reproduktionsraten und was es da alles gibt, diskutiert, sondern dann eher mal wieder, war das ein Elfer oder nicht, hätte es da Rot geben müssen oder nur Gelb, der Spieler war scheiße, der Spieler war gut und so weiter und so fort. Also da stehe ich zu, dass ich mich da wirklich freue. Es ist einfach ein kleines Stück zurück von der Normalität, die uns so arg von diesem, ich sage es jetzt einfach mal, wie es ist, beschissenen Drecksvirus genommen wurde oder eben auch von der Regierung, die dann die ganzen Maßnahmen dazu verhängt hat. Da ist ja auch jede andere Meinung. Ist ja jetzt aber auch nicht so das große Thema in diesem Video. Ja, aber jedenfalls ist es beschissen. Da brauchen wir uns gar nicht drüber zu streiten. Das sieht, glaube ich, jeder Fußballfan irgendwo ähnlich. Auch die, die die Geisterspiele befürworten, sagen natürlich, das ist trotzdem nicht in unserem Sinne in dieser Hinsicht, dass eben niemand ins Stadion kann, dass es keine Fangesänge geben wird, keine Sprechchöre. Okay, es braucht sich dann auch niemand darüber aufregen, dass vielleicht mal aus einem Blog das berühmte Harvard fällt oder so. Ach, waren das schöne Probleme eigentlich, ne? Vor noch gar nicht allzu langer Zeit, als da ganz Deutschland heiß drüber diskutiert hat und jetzt haben wir Probleme, die eigentlich jeden betreffen und nicht nur irgendjemand, der was mit Fußball am Hut hat. Ja, Geisterspiele. Wie schon gesagt, ich bin zwiespältig. Zum einen diese Freude, die ich eben angesprochen habe, aber zum anderen sehe ich es auch ganz klar so, wie viele Fans sehen, die sich da ja zu geäußert haben, auch bei uns der C12 hat eine entsprechende Stellungnahme gemacht, dass es eigentlich nicht sein kann. Dass man eigentlich Fußball nicht wieder anpfeift, wenn die Fans ausgesperrt sind oder nicht teilnehmen dürfen. Fans sind nun mal auch irgendwo das Salz in der Suppe und auch ein bisschen die Basis von dem allen. Das ist leider über die Jahre immer mehr in Vergessenheit gekommen, im Zuge der ganzen Kommerzialisierung, im Zuge der Event-Fans, sage ich mal, oder Event-Publikum, die mal hingeht, weil es mal schick ist, ins Stadion zu gehen. Aber wir sind die Basis. Und eigentlich haben diese Leute recht zu sagen, nee, das wollen wir so nicht, weil dann brecht den Scheiß hier ab und dann wird halt wieder angefiffen oder die neue Saison angefiffen, wann auch immer die geht, dann, wenn wieder Fans ins Stadion dürfen. Auch dieses kritische Hinterfragen, wie das denn wohl sein kann, dass jetzt auf einmal Klubs vor der Pleite stehen, obwohl in diesem Bereich Milliarden geschäffelt wurden, so viele Summen darum hantiert wird, die unser einziges im Leben nicht vorstellen kann. So, auch richtig. Und es ist auch richtig, dass gerade die Herren Profis der ersten Bundesliga oder auch im Ausland in den ersten Ligen, wo Millionengehälter fließen und Werbeverträge und, 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 dass die eigentlich überhaupt nicht die Berechtigung haben, dass die jetzt ihren Job so schnell wieder ausführen dürfen, während der kleine Gastwirt da jetzt mit Hängen und Würgen jetzt auch mal wieder loslegen darf. Der Barbesitzer immer noch nicht. Der Diskothekenbesitzer kann eigentlich seinen Laden abreißen, weil bis mal wieder eine Disco aufmachen darf, ist der wahrscheinlich schon bis über alle Ohren und bis Oberkante, Unterlippe verschuldet. So, und die Herren Profis, die eigentlich so viele Millionen haben, die sie erlebt hat, nicht ausgeben können, die können jetzt da wieder ran. Und viele sprechen ja von Lobby und Hasten nicht gesehen. Ja, unterstütze ich alles, aber ich finde, dabei wird oftmals eine Sache ganz arg aus den Augen gelassen. Wenn, wie das vorausgesagt wird, die Saison oder viele Klubs bei einem Saisonabbruch in die Pleite gehen und dann einfach schlichtweg nicht mehr existent sind, dann geht das nicht vorrangig um die Lizenzspieler des ersten Profiteams hier oder der Profimannschaft. Das geht dann um diese Leute, die im Verein ganz viele andere Aufgaben haben. Sei es irgendwelche Bürokräfte in den Geschäftsstellen, sei es der Zeugwart, sei es irgendwie die Putzfrau, wenn ich gucke, die Geschäftsstelle an derselben Straße, ein riesen Komplex, Reinigungskräfte und so weiter. Die alle verlieren dann ebenfalls ihren Job, weil wenn diese Vereine pleite sind, sind auch all diese Jobs nicht mehr da. So, dann hat das ja Auswirkungen generell auf die ganze Liga, auf das alles, was da ist. Und das betrifft ja dann so viele andere Zweige, die mit dranhängen. Es ist ja wie mit der Sache von wegen, ja, Urlaub ist ja nur Vergnügen und verzichtet doch mal ja auf Urlaub. Ja, aber da hängt ja nicht nur, ich sage mal, das Reisebüro dran, die die Reisen vermitteln und jetzt kein Geld verdienen. Man muss ja gucken, es ist ja egal, ob Tourguides, ob Kreuzfahrtgesellschaften, ob die Zulieferer von den ganzen Lebensmitteln, die Hotels, die die Schiffe, die Airlines oder so, bedienen. Und so ist es im Fußball eben ja auch. So, und da kann man nicht riskieren, dass man sagt, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, das zu retten, kann man doch nicht einfach sagen, ja, nee, aber weil die ja in Profis ja eh genug Geld haben und das kann ja gar nicht sein, weil andere können ja auch noch nicht, dann lassen wir das mal alles so und brechen das ab und dann nach uns die Sintflut, scheißegal, ob da x-Clubs und dabei eben dann auch ganz viele Angestellte und ganz viele Jobs irgendwie ja dann gehen. So, von daher ist das eine Lösung, die bringt uns Fußballfans ein Stück von unserer Lieblingsbeschäftigung oder unserem Lieblingshobby zurück, wenn auch nicht so, wie wir es gerne hätten. Aber es ist ja in der heutigen Zeit irgendwie besser als nix, finde ich zumindest. Und es rettet viele Arbeitsplätze. So, von daher, finde ich, muss man das berücksichtigen. Dann gibt es ja noch die Leute, die eigentlich mit dem Fußball gar nichts am Hut haben, sich aber tierisch darüber aufregen, dass wieder gespielt wird. Da kommen dann solche Sachen wie, die Spieler nehmen die Tests weg, wie kann das denn sein, dass die Spieler nun x-mal in der Woche getestet werden, während in Krankenhäusern und so weiter überhaupt nicht getestet wird. Also mein Wissensstand ist, dass die Clubs das alles finanzieren und auch niemandem da die Tests in dem Sinne wegnehmen, sondern Tests sind ja auch genug wohl vorhanden. Aber es wird halt nicht genügend getestet, was teilweise wohl auch an den finanziellen Dingen liegt. Das heißt, da sollte man sich dann bitte nicht beim Profifußball beschweren oder bei der DFL oder bei wem auch immer, sondern, oder bei den Entscheidungsträgern, die das entschieden haben in der Regierung, dass wir wieder spielen dürfen, sondern eben an anderen Stellen, wo dann, und fragen, ja, warum geht das da oder warum müssen die, die müssen das ja selber finanzieren, aber warum finanziert man nicht anders in wichtigen Berufen dann mehr Tests? So, das ist zwar eine berechtigte Kritik, die aber leider immer auf die falsche Seite abgelagert wird. Oder abgewälzt wird. Da kann kein Profiklub und niemand kann was dafür und wenn die nicht spielen und nicht testen, man sieht es ja, werden auch nicht mehr andere Tests gemacht. Die Liga war jetzt lange genug still und trotzdem werden in alten Pflegeheimen und so nicht ausreichend getestet oder Pflegepersonal. So, hat also nichts damit zu tun, dass irgendein Club irgendwelche Tests wegnimmt. Das ist schon mal das eine. Dann kommen natürlich ganz, ganz viele laute Stimmen aus dem Bereich der Muttis oder der Eltern. Wahrscheinlich eher Muttis. Viele Päder sind vielleicht trotzdem wo, wenn der Fußball wieder losgeht. Keine Ahnung. Aber das liest man eben so, gerade auch bei Facebook und so weiter. Die dann sagen, es kann doch nicht angehen, dass die wieder Fußball spielen dürfen, aber meine Kinder nicht in die Schule, in die Kita, was auch immer. Ja, im Prinzip finde ich das auch. Ich finde auch, die Kinder sind viel zu lange zu Hause. Das ist nicht gut. Das ist eine Sache, wo wirklich auch keine Gleichberechtigung mehr ist, weil nicht jede Mami ist fähig, vernünftig Homeschooling zu machen, aus welchen Gründen auch immer. Das ist gar nicht wertend gemeint und das heißt auch nicht, dass diejenigen dumm sind, aber nicht jeder hat die Zeit, nicht die Kraft, nicht die Fähigkeit, das auch zu vermitteln und und und. Das heißt, das sind arge Probleme, die ich selber auch so sehe, obwohl ich nicht mal Mama bin. Und auch wenn dann die Eltern langsam wieder alle arbeiten, weil jetzt machen Restaurants und so sind wieder offen, die Muttis müssen alle irgendwo wieder, nicht jeder kann Homeoffice machen. Ich verstehe das. Aber da dann den Profifußball für anzugehen, ist der falsche Weg, denn die können da nichts zu. Das ist wirklich so eine Sache, in den Kindergärten und so weiter ist das mit Sicherheit einfach schwerer umzusetzen. Die Profis kann man mal eine Zeit lang in Quarantäne sperren, wie jetzt in so irgendeinem Hotel, die schottet man ab, da testet man regelmäßig und und und. Während man das bei den Kiddies nicht macht und Kiddies umarmen sich halt, die kommen aufeinander zu. Das wird man im Kindergarten oder so einfach gar nicht so regeln können beziehungsweise wird das eine ganz andere Organisation. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, auch generell die Maßnahmen, ist eine andere Frage. Ich bin da ja auch eher so die Kontraseite und sage, das hätte ich so alles nie haben wollen, nie gemacht, wie auch immer. Ob das richtig oder falsch ist, keine Ahnung, aber ist meine Meinung. Nur viele von denen, die sich da jetzt beschweren wegen des Fußballs, sind eigentlich große Befürworter von den Regeln, schreiben das auch manchmal dazu. Ich stehe ja zu den Regeln oder was auch immer, aber, aber, aber. So, nur wenn ich dazu stehe, dann muss ich auch sagen, muss einem klar sein, dass es in gewissen Bereichen schneller Lockerungen geben kann, wenn man sich an all diese Auflagen noch halten will, als in anderen. Entweder ich kritisiere das ganze Brimburium, was gemacht wird und schaue mir da an und sage, naja, dann kann ich natürlich erst recht kritisieren, wenn eine Sache schneller wieder vorankommt als die andere, aber nicht, wenn ich da grundsätzlich eigentlich sage, ja, das ist ja alles richtig so. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, die Geisterspiele kommen. Ich persönlich freue mich mehr, als dass ich mich drüber ärgere oder dass ich die negative Seite daran sehe. Ich will einfach Sonntag, ein Sieg meiner Jungs und alles Weitere schauen wir dann mal und vielleicht geht es dem einen oder anderen ja auch so, dass er dann, wenn er dann zumindest wieder guckt, sagt, ja, ist nicht toll, aber irgendwie doch schön, dass der Ball wieder rollt. Ich wünsche euch allen einen mega spannenden, schönen, ja, Bundesliga-Auftakt oder Wiederauftakt. Drei Punkte für eure Teams. Okay, Union darf ich das natürlich nicht, denn da wollen wir ja die drei Punkte haben. Ja, und ansonsten eine spannende Restmeisterschaft. eine spannende Restmeisterschaft. OnePlus Eva und Sieg